So Leute, ich bin's wieder, euer Grand Warlord am Start. Heute spiele ich mal Live Titanfall mit Lupus. Halt's den Maul. Oh, Jambo. Der Rolf ist der Lukas, aber ja nicht. Oh ja, dann spielen wir einfach mal. Lukas, wie heißt der Spiel? Was ist denn der Spielmodus? Genau, Lukas, wie heißt der Spielmodus? Last Titan. Stand it. Wo Billen, wenn die recht schlecht ist. Hm, dann. Hier rechts rum. Rechts lang. Okay, vielleicht erklärt man den Modus. Ja, es ist so, man spawt hier im Titan und einfach der letzte Titan, der, 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 der Titan von dem Team, das als letztes überlebt, das hier hat gewonnen. Boom. Alter, wie viele Arketen man hier vorne? Nur mal bestimmt starten. Ja, da rennt einfach rein. Achtung, geht doch weg, denn ich will sie schon nur in die Luft jagen. Jo. Ja, der wurde in den Kölbe kommen. Hinter mir ist einer. Költe, Hämard? Wo bist du? Hamid. Da geht's. Ja, den vor allem, ne? Ich hab ihn gekriegt, ja. Ja, ja. Oh, er ist mal eine dicke Raketenmengel abgefangen. Ich wurde vernichtet. Alter, wo sind die hier alle? Ich schick's gar nicht. Lukas, da hinten. Ja, ich weiß. Ich hab ihn schon ohne Schuss gedrückt, ne? Alle. Wir haben einen. Ich krieg wieder nur Assis, die Assis. Ich hab diesen Damage-Core, yeah. Wie kriegt man das eigentlich? Genau, wie du den Titan kriegst. Also, das Timer geht halt. Haben wir schon gewonnen? Boah, wie viel Schaden drück mit diesem Damage-Ding. Wuh! Ich hab mir ja plötzlich einfach nur... Ja, ich hab den letzten getötet. Jawohl. Zweimal. Ja, Benni hat wieder sechs Titans in der Welt. Ja, auf einmal. Ne, guck, ich hab bei jedem Titan mitgemacht. Einen hab ich selbst gekillt und die anderen fünf alle angeschossen. Boah, du... Die sind Damage, Junge. Ich hab mir ja rechts rum, oder? Ich verkenne mich jetzt, wenn ich mir nicht die draufhinsigen wieder. Ja, ach, Glitcher ist ja wieder hoch, oder? Kann nicht davor gehen, ne? Lukas Boost! Die Wahrnehmung, kein... Ah! Nur Fettsäcke sind hier. Ja, ich hab immer was freigeschaltet. Ich geh mal andersrum. Ne, ich mach wieder meine supergeile Tacke. Und natürlich, die vor allem, wir fangen wieder alle meine Raketen ab. Ich mach mal eine supertaktik. Von hinten, von hinten! Von hinten, Lukas! Ich sagte doch gerade von hinten! Okay, nee! Ein 40mm von hinten. Boah, diese Granaten, ne? Zwei gegen zwei, Lukas, aufgesprochen, fertig. Zwei gegen zwei, ich bin gleich tot. Haben wir, haben wir. Der sauber. Und der Spacken hat uns alle geklaut, ne? Ne, Pisse, ja. Noch mal einer, Lukas. Zwinglich tot, ich bringe da jetzt rein. So, oh. Jetzt komme ich höchst persönlich dahin. Oh, ich bin kaputt. Den schnapp ich mit dem Bannhausen. Ich hab nur volles Leben. Kann man denn nicht den Nuklearangriff mit, ähm, Schild blocken? Weiß. Na, das ist halt schön Gerücht. Ich bin auf dem Mann drauf, ich krieg ihn. Alter. Gewonnen? Gewonnen. Ja, wir haben noch drei Teilen sogar. Jawoll. Wie die rasieren hier. Ich. 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 Puh. Geht gut ab, Gratwissen, voll gut. Ja, du, Ausnahmsweise. Ne. Das ist nicht. Wieder rechts, oder? Na, lass mal diesmal links, das ist einseitiges. Mhm. Geh mal von links hoch. Seitdem, der mich? Ja. Bei Nieder ist ein eigener Weg. Ich bin hinter dir. Du kannst, komm, die Achtung. So ein Fetzag, man. Vorauf, ich drauf. Ja, ich lass euch mal hinter uns zwei. Hinter uns zwei. Ja, 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 ich hab's kapiert. Ich hab' die Luft. Es reicht. Es reicht. Es reicht, ich kann mich nicht bewegen. Wo kann ich mal weggehen, hier ist voll. Aggressiv. Zuz. Alter, weggebracht. Steht du Basta? Nein, er hat überlebt. Flosche. Die haben nur noch zwei Titans. Kriegt die den hier? Da ist einer drin, Frank, die killt ihr mal. Sidekick gegeben. Wo ist der letzte? Da hinten, ganz hinten links. Habt ihr noch euren Titan? Nö. In der letzten? So, ich nicht. Nee, noch zwei andere. Okay, dann kann ich hier reinhauen. Jetzt spawnen wir auf der anderen Seite, ne? Jo. Jawoll! 5, 4, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 2. bat?! In der letzten fünf đang im Technik-Stei 1, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, e every day. Side ide! Side! Seis seitens! Dass wir uns nur die beiden Västosi 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, Schuss Alter der Kassiersdacht 4 Der Kassiert übel Ihr zieht doch weg Gehen lauter Petsäcke man Jeeeeee Oh ich bin gleich D'Kauch Du hast nicht geschlossen Ihr seid echt die Helden der Nation Minky, geh beiseite Ich hab zwei Titans weggerippt Wir sind irgendwie alle schon kaputt oder kann das sein? Ich glaube auch Über die geht noch der Held Boah scheiße bei mir ist einer drauf Ah, Kappi Hast du? Ja, steig Kappi und er steigt aus Ob den Eingriff geht doch mal wohl Geht zu Fuß Sokare was du kommst raus Ich hab schon wieder gegen jemand anderes geschossen Ohhhhh Eine schnelle Runde Aber hallo, ist schon vorbei Ja Keiner hat nen Tod Ja Leute, ich glaub ihr habt einen ganz guten Eindruck bekommen In den Last Man Standing Titan Modus Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, haut rein Ja, was auch mal barat Hahahaha Hahahaha Dرة Hahahaha